servus liebe world of warcraft freunde willkommen zurück es ist mittlerweile schon tradition unser weekly world opening und mit dieser wollen wir auch an dieser stelle nicht brechen würde ich sagen es ist zeit sich die fünf truhen meiner chars anzugucken wenn ihr das video seht wird es wahrscheinlich wieder wochenende sein ich habe richtig reingeswettet habe am dienstagabend noch mit drei chars die kack truhen machen müssen also das war ein formidables vergnügen wenn man das so sagen darf also ohne umschweife fangen wir an und machen die chests auf wenn euch das video gefällt lasst gerne am ende ein like und abo da aktiviert die glocke ihr kennt das spiel und wir kriegen direkt mal mit dem shami eine 2 16er waffe und das ist ziemlich nice wenn ich das so sagen kann jetzt haben wir eine 187er solchensturz 8 key 216 252 int hier sind es 3 29 also das ist schon ein ziemlich ordentlicher zuwachs an int damit bin ich sehr zufrieden haben wir irgendwo sündhafte offenbarung jawohl haben wir zack zack das snacken wir uns dann mal und damit ist der shami auf 199 item level ziemlich nice was haben wir vorher 195 es gab vier item level nice man hätte ich ja jetzt nicht gerechnet dass sich das gleich so krass auswirkt was für stets haben wir drauf verser mastery gegen krit verser ist okay nehmen wir mit sorgt dann noch dran denken richtig morgen das gute stück und was soll ich sagen guter start ne das hat direkt mal richtig saftig rein gescheppert ich habe glaube ich nicht genug punkte um die aufzuwerten das kostet glaube ich irgendwie weiß ich nicht wir kosten das 1000 glaube ich ne so ein zweihand stick ich kann mal gucken aber ich glaube das wird nicht wird nicht reichen sadly aber alles halb so bild wir haben ein upgrade das erfreut mich so können wir jetzt mal kurz die waffe da rein aber ja 1000 sind's trinket 400 naja mal schauen da lasse ich jetzt erstmal alles so wie es ist mal gucken da dürfte ja bestimmt demnächst noch mal irgendwas für mich droppen auf jeden fall 199 vier item level upgrade brutal gut das gibt uns die zeit jetzt unseren parlor mal anzuschauen ich glaube aber da könnten wir jetzt nicht mit einem hieb mal vier item level machen egal was ich da kriegen würde schade schokolade ich glaube es ist eh 223 item drin also kein 226 mit dem parlor bin ich mir oder traue ich mir noch nicht so ganz 14 15 dazu vom gier müsste ich es eigentlich schaffen von erfahrung ich spiele den chart zu wenig deswegen verzichte ich da meistens drauf und mache nur zwölfer keys die gehen ohne probleme gut welches item kriegen wir schulterstücke das müsste glaube ich sogar ein upgrade sein jawohl 20 item level auf dem slot verser mastery gegen krit mastery i don't care das boostet uns von 2016 auf 217 welchen key haben wir andere seite ok nämlich mit auf jeden fall auch hier wieder ein schönes upgrade er weil er weiß schon was sache ist hallo wuffels hallo stefan ich habe enttäuscht falls du das nicht anguckst muss ich mal ganz klar so sagen so holy was haben wir jetzt hier für ein item level 217 ach dammit 217,9 kurz vor der 218 hier noch irgendwas weil ich upgraden kann sieht nicht so aus die brust ist noch ziemlich bad aber da habe ich nichts was ich upgraden könnte glaube ich nee hals ist noch bad nun ja auch hier auch hier definitiv ein ordentliches upgrade mit dem wir sehr zufrieden sind gehen wir also auf den monckerino und gucken mal was uns dort erwartet da können ich glaube da habe ich jetzt noch vier slots offen die auf 213 oder schlechter sind mit dem monck habe ich auch ein 226er item in der kiste das weiß ich mit sicherheit so wahrscheinlich geht die sache hier relativ schnell von statten da jetzt haben wir haben wir halt mit hunter monck droide die charts wo die upgrades unwahrscheinlicher wert denn ja und ich habe ein 226 ja sogar denselben noise also kein upgrade diesmal bei monck heißt wir nehmen stegia was soll's key seuchensturz ich habe jetzt der zweite seuchensturz key so damit können wir eigentlich den monck auch schon direkt wieder ad acta legen hat ja eh nichts gebracht und schauen wir mal bei dem hunter da sind es glaube ich nur noch zwei slots auf 213 oder so oder nee gar nichts mehr auf 213 glaube ich jetzt bin ich gerade selber verwirrt was meinen eigenen charts nicht mehr also 220 220 226 26 26 23 216 so handschuhe die brust ist so 13 handschuhe und brust die sind ziemlich dünn noch da würde ich gerne ein upgrade nehmen vorzugsweise tatsächlich eine neue chest glaube ich dürfte uns dann sogar auf 223 boosten dieb und ein neck da haben wir einen 220er haste mastery gegen crit mastery ich weiß dass crit crit an und für sich besser ist aber ich simmet das sicherheitshalber jetzt mal durch raid bots.com wie immer die adresse meines vertrauens und dann schaue ich jetzt mal was es bei dem hals bei dem neck jetzt sagt es wäre ein kleines item level upgrade ich glaube nicht dass wir damit auf 23 springen werden und tatsächlich ist die halskette 20 dps upgrade in dem fall nehmen wir sie auf jeden fall mit besser als nix bing 226 zu 26 zu 20 also damit das das gear wächst weiter wenn ich jetzt noch hier zum beispiel das 235 leggi fahren würde würden wir höchstwahrscheinlich auf 223 item level insgesamt kommen na wobei oder nicht na wird knapp wird knapp aber jetzt haben wir 225 8 222 4 zu 26 zu 17 9 und 199,2 also vier chars sind eigentlich schon mal ziemlich gut gegiert wenn man das so sagen kann jetzt bleibt zum schluss noch die eule die enttäuschung heben wir uns immer für den schluss auf weil wir da eigentlich ganz genau wissen dass da höchstwahrscheinlich kein upgrade drin sein wird es gibt eigentlich nur noch zwei items die ich gebrauchen kann die äh himmlische munition auf 226 oder ein beliebiger kopf auf 226 außer er hat weiß ich nicht wobei die stats sind bei mir mittlerweile ziemlich gleich auf da wäre es eigentlich sogar egal was für stats da drauf sind weitestgehend so kopf oder himmlische munition kopf oder himmlische munition und es ist wow ein stab krit verser gegen krit haste hm den muss ich tatsächlich mal durchsimmen wobei wir jetzt dann hier wieder dieses problem haben dass wahrscheinlich mal wieder irgendwas falsches angezeigt wird bei der eule main hand dies so dann simmen wir das mal durch damit ansonsten werde ich wieder einfach anima nehmen und haben auch 2300 jetzt reicht leider noch nicht für den letzten sockelplatz aber gut was willst du machen und der stab ist kein upgrade sogar ein 74 dps downgrade und das glaube ich sogar in dem Fall tatsächlich weil ich genug haste habe und mir in den ähm na stat weights auch eher zu mastery und versa geraten wird dementsprechend nehme ich jetzt einfach die stegia mit fertig ist die laube und damit haben wir zumindest mal auf 3 charts ein upgrade bekommen alles in allem bin ich wieder mal zufrieden damit ähm gerade beim schamanen das sah doch recht sexy aus und ja schauen wir mal nächste woche neuer versuch neues glück aber dadurch dass ich immer nur einen slot jetzt zur auswahl habe bei meinen charts auf mehr habe ich einfach keine lust aktuell äh will ich mich auch nicht beklagen da kann ich auch nicht erwarten dass ich da jetzt die super upgrades draus ziehe in diesem sinne schreibt mir gerne in die kommentare was ihr feines aus der truhe gezogen habt damit nochmal danke 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 fürs zusehen und ich verabschiede mich bis zum nächsten video reingehauen bis zum nächsten Mal 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 bis zum nächsten Mal